Das wusste ich ja noch gar nicht über die Netsch. Wenn ich das nächste Mal im Feld bin, muss ich das einmal aus... Ihr seid wohl hier, um ein Handwerk zu erlernen, ja? Eure Allianz begleicht meine beachtlichen Gebühren und erlaubt es mir so, euch mein Wissen zu vermitteln, ohne dass es euch etwas kostet. Handwerksschriebe sind tägliche Anfragen nach Handwerkswaren. Man muss ein zertifizierter Handwerker... Ich bin berechtigt, Versorger, Alchemisten und Verzauberer... Ich schätze, ich hätte Milenit erwähnen sollen. Sie zertifiziert Schmiede, Schneider und Schreiner, falls ihr euch für so etwas interessiert. Aber das ist ungerecht von... Sicherlich. Bitte werdet etwas genauer. Prüfen, verstärken Waffen, rü... Ehre für euch, Sera. Willkommen in der... Ja, natürlich. Es ist immer ein... Wir sind gewissermaßen bucht. Wir bieten besondere Sprüche und Fähigkeiten. Vanus Galerion. Wir waren im Krieg zwischen... Ausgezeichnet. Manchmal frage ich mich... Sicherlich. Bitte werdet etwas genauer. Tränke aller Art. Speisen und Getränke. Alles, was einem... Gut. Es gibt noch vieles. Alchemie? Ja. Trefft mich am Alchemie-Tisch, sobald ihr bereit seid. Wenn ihr einen Brief von der Schmiedemutter habt, dann seid ihr hier genau am richtigen Ort. Und uns ist es sogar gleich, ob ihr Nordlieb... Und hier bin ich. Eigens vom eisigen Arsch Wrodgars angereist, um euch offiziell willkommen zu heißen. Und nach Orsinium zu transportieren. Ich habe eine Karawane mit Lebensmitteln und... Die Karawane sollte gerade die Grenze nach Wrodgar überquert haben. Da so viele Ressourcen für den Wiederaufbau von Orsinium und dazu die ins Land einfallenden Regmannen zurückzudrängen abgezweigt... Nun, nicht ich persönlich. Aber ja, die Stadt Orsinium wird noch größer und strahlender als jemals zuvor. Das ist des Königs geliebte Mutter. Der König ist zu beschäftigt damit, Krieg zu führen und Schädel zu spalten, um sich mit... Eindringlinge aus dem Reg, die Winterkinder. Sie folgen einem wahnsinnigen Kriegsfürsten namens Ophorn Eisherz, bei dessen irren Bestreben unser Land zu erobern. Doch das werden wir nicht zulassen. Wir haben etwas, was die Regmannen nicht haben. Eine Geheimwahl. Was ist ein Ichatere? Das große Tier hier neben mir, das ist ein Ichatere. Habt ihr die hier etwa nicht? Reizende Tiere, ganz im Ernst. Wir nutzen sie für alles Mögliche. Als Transportmittel, zum Lastentragen, als Arbeitstiere. Sie machen sogar... Ich kann nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil... Das ist kompliziert. Wer plündert Orsinium denn jedes Mal, wenn wir es neu aufbauen? Das ist ein Ichatere. Ehre sei mit euch. Mein Name ist Naryl. Ich schätze... Ihr habt vielleicht vernommen, dass Steinfälle angegriffen wird. Das macht so manches ziemlich luch... Aber nicht doch. Beschaffen. Ein Nord, der hier eine Taverne betreibt... Ich wusste, ihr seid mutig. Sie heißt Fischgestock. Mit Gerissenheit. Tauscht einfach die Flasche, wenn ihr nicht hinsieht. Ich wusste, ihr seid mutig. Ihr müsst euch anschauen. Ich hab ein Geteisiin. aus welcher fasst euch kurz fremde ich habe eins problem ich habe ein ganzes schlacht ich kenne furon und resa schon eine ganze weile ich respektiere sie beide ich werde ehrlich sein ich war nicht sicher was ich ja diese verdammten skewer haben sich um die stadt herumgeschlichen und uns aus dem ödland im norden verdammt aber das hört man gerne er hat diese dolche zurück ins meer getrieben was gute arbeit sobald wir diese dinger erledigt haben gebe ich ihm einen aus vielleicht zeige ich ihn mal sehe ich aus wie ein magier von den telwani ich habe keine ahnung warum ausgerechnet grüße ja ich habe gerade eigentlich ist es der plan meines bruders nehmt diesen rauchigen anhänger und verwendet einen geist müsst ihr wirklich mehr wissen um gerunds anhänger einzusetzen und ich werde alle die uralten vorfahren des edlen einen geist ich habe das sie scheinen geben wenn dieIsση land vollkommen wo ist diese verdammte exe ich erinnere mich daran dass ich hier tagelang gejagt habe und keiner seele begegnet bin wie ich schon sagte ich war jagen aber jetzt da der vulkan ausgebrochen ist geht er ist ein guter freund aber er hält nie die klappe an ihm ist ab dank nicht viele sind heutzutage bereit zu helfen besonders einer staubigen das ist richtig aber die wahrheit ist ich habe keinen klan sie sind alle gesund so die herzen der dunner sind so trocken wie ihr hier kommt zu einer schlechten zeit der boden blut ich kann die schmerzen derer lindern die von der brem um feuer zu bekämpfen muss man feuer benutzen schröter streunen durch die straßen einst diente mein volk ja vielleicht haben euch man braucht keine rechtfertigung wenn man einfach handeln so so Das war's. 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 Das war's.